hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ich dachte mir wenn ich es schon schaffe zu einem höchst informativen video 1000 aufrufe zu erzielen nehme ich das doch mal gleich als anlass um noch mal neues zu machen falls ihr euch jetzt fragen solltet wie soll ich euch nochmal diesen wunderschönen ball von der europa league zeige naja es geht ihnen direkt auch um diese das thema der heutigen sendung ist die ueva europa conference league beim betrachten der tabelle der bundesliga oder auch einer anderen liga habt ihr euch doch bestimmt schon gefragt wieso zwischen dem fünften und den sechsten platz noch eine dicke linie eingezeichnet ist viele werden sich wahrscheinlich gedacht haben dass der fünfte platz ein startplatz für die europa league gruppenphase ist und der sechste einfach einer für die europa league quali nun ja so war es die letzten jahre eigentlich auch immer doch seit dieser saison hat sich das ganze gewandelt den sechsten platz kann man weiterhin als quali platz betrachten jedoch nicht für die europa league sondern für die europa conference league nach wisst ihr was ich sage einfach nur noch conference league das ist sonst zu verwirrend da das ganze stand februar 2020 eh noch nicht gestartet ist und es auch nicht allzu viele informationen und texte über diesen wettbewerb im internet gibt stelle ich euch einfach den ganzen spaß mal vor inklusive geschichte die ueva hat seit jahren wenn nicht sogar seit jahrzehnten ein großes sorgenkind und das ist die europa league bis in die neunziger jahre hinein genoss der damalige ueva cup noch einen sehr sehr hohen stellenwert als beispielsweise lothar matthäus mit intermailand oder diego maradona ihr mit dem ssc neapel gewinnen konnten das hatte alles auch einen guten grund denn an der champions league durften damals nur die landesmeister teilnehmen deswegen hieß dieser wettbewerb auch europapokal der landesmeister jetzt stellt euch mal vor eine champions league ohne real madrid oder barcelona weil er nur der meister halt mitspielen durfte klar deswegen war der wert des ueva cups auch ein sehr hoher als man die champions league jedoch reformierte und mehrere starter aus demselben land zuließ sank der wert des ueva cups rapide als reaktion darauf sorgte man innerhalb von zehn jahren für mehrere maßnahmen zum einen wurde der europapokal der pokalsieger in den ueva cup eingegliedert zum anderen schaffte man den reinen ko wettbewerb ab und startete die hinrunde ähnlich wie die champions league mit einer gruppenphase und schlussendlich benannte man den ueva cup in europa league um weil schließlich hörte sich das dann ja zur hälfte an wie die champions league aber auch das alles half nicht den wettbewerb attraktiver zu gestalten geringe einschaltquoten keine teuren vergaberechte top teams die mit einer b11 aufliefen es ist einfach nicht das geworden wonach die ueva sich gesehnt hat ich persönlich kann die vereine ja auch verstehen jetzt stellt euch mal vor ihr seid der ac milan und ihr müsst jetzt nach luxemburg für ein europapokal spiel ja danke es musste also wieder eine veränderung her um die europa league endlich mal attraktiver machen zu können also plant man einen dritten europäischen wettbewerb und jetzt schaut euch bitte den arbeitstil an die europa league 2 ja viel witziger ist allerdings dass irgendjemand dort einen fußballmanager spielt und diesen wettbewerb einfach unter diesen namen schon dort eingepflegt hat scheint so ein freak wie ich zu sein zurück zum thema die ueva stand also vor einem großen dilemma zum einen wollte man die europa league für die mannschaften aus den top leagen attraktiver gestalten zum anderen aber konnte man die mannschaften aus den schwächeren liegen nicht einfach ausschließen die lösung für alle dann somit das also zur entstehung so bevor wir uns jetzt endlich dem modus der conference league widmen können muss ich aber noch einmal auf die anderen beiden ueva wettbewerber eingehen mit der champions league sind wir eigentlich ganz schnell durch denn da ändert sich original nichts bei dem sorgenkind der ueva sieht es schon wieder anders aus an der europa league können ab der saison 21 22 nur noch mannschaften aus den top 15 verbänden teilnehmen eine ausnahme hierbei bilden mannschaften aus den schlechter platzierten verbänden die in der champions die qualifikation ausscheiden dies würde zum beispiel auf den meister aus der schweiz zu treffen weiterhin sinkt das teilnehmerfeld von 48 auf 32 mannschaften wie in der champions league und auch wie in der conference league somit geht es in der europa league nach der gruppenphase direkt mit dem achtelfinale weiter die bisherige zwischenrunde entfällt diese findet jedoch in der conference league nach der gruppenphase statt denn dort muss sich jeder gruppenzweite mit einem gruppen dritten aus der europa league um den platz in der ko-runde duellieren ich hoffe ihr konntet mir hinsichtlich der conference league bis hierhin gut folgen 32 teams acht gruppen der erste kommt weiter der zweite nur wenn er es gegen das el team schafft und naja el das ist ein gutes stichwort jetzt warum eigentlich europa conference league und nicht nur conference league warum so ein komplizierter name aber auch dafür habe ich die antwort parat schuld daran sind diese dinger hashtags da die uefa und auch die meisten medien den hashtag ucl auf instagram twitter und co für die uefa champions league verwenden kann man diesen natürlich nicht für eine uefa conference league benutzen ihr könnt also davon ausgehen dass dieser wettbewerb unter dem hashtag ecl promotet wird falls jetzt zu den zwei menschen gehört die sich fragen wo man die spiele der conference verfolgen kann naja genau da wo man auch die europa league abkommender saison verfolgen kann die tv rechte für alle spiele beider wettbewerber liegen ab da nämlich bei rtl es ist also davon auszugehen dass ausgewählte spiele bei rtl oder auch bei nitro gezeigt werden und die restlichen spiele bei tv now zu sehen sind ich persönlich gehe davon aus dass rtl diese entweder in seinem tv now premium paket integrieren wird oder es kommt noch ein unabhängiges sportpaket nun ich denke ich habe alle punkte bezüglich der erneuerung der europa league und der conference league größtenteils abgedeckt fazit hierzu die europa league wird höchstwahrscheinlich wirklich attraktiver und viele mannschaften werden diesen wettbewerb ernster nehmen als zuvor es wird jedoch sehr spannend anzusehen wie die mannschaften aus den großen verbänden die conference league einschätzen oder priorisieren und das fängt auch schon bei der qualifikation für diesen wettbewerb an ach ja da war ja noch was keine einzige mannschaft ist für die gruppenphase der conference league gesetzt alle 138 teams müssen durch die qualifikation und das wichtigste noch zum schluss der sieger des finals welches in seiner ersten auflage im albanischen tirana stattfinden wird qualifiziert sich in der folge saison für die gruppenphase der europa league also die großen sind unter sich die kleinen haben eine größere chance ihren briefkopf um einen internationalen titel zu erweitern und er kann sich die taschen noch etwas mehr füllen ja ich weiß dass er jetzt nicht mehr bei der ueva sondern bei der fifa ist aber ganz ehrlich hättet ihr den ueva präsidenten sofort auf einem bild erkannt und außerdem sieht er einfach viel mehr nach geldgeer aus nein nicht weil chefferin slowene ist und er schweizer sondern ihr wisst schon was ich meine ich hoffe das video war einigermaßen informativ und konnte ein paar eurer fragen beantworten falls nicht schreibt in die kommentare